Hallo Leute, wie geht's euch heute? Heute ist Samstag, es ist halb drei. Semp und ich sind jetzt zum ersten Mal draußen und wir gehen jetzt einkaufen, weil wir nämlich etwas zu essen brauchen, zum Beispiel Reisbällchen. Ich dachte, ich zeige euch heute mal einen kleinen japanischen Supermarkt, wie er aussehen kann. Also, es gibt diverse Pilze und so Lemongrass, Frühlingszwiebeln, solche Wurzeln hier. Natürlich das übliche, Zwiebeln, Karotten und Kartoffeln, Süßkartoffeln, Mais, weiß nicht was das ist, sieht aus wie Schwarzwurzeln oder so. Und hier das Gemüse, Paprika, Aubergine, Kürbis und so weiter, mehr Pilze und Chinakohl, ganz viele Tomaten, also wie bei uns eigentlich, Gurken. Bis jetzt geht's noch voll, ne? Allerdings, hier, so eine kleine Schale, Trauben, kostet 9 Euro. Ihr könnt euch das mal vorstellen, als hätten die halt kein Komma und als wäre hier so ein kleines Komma, so 9,70 Euro, so eine Art. Es ist ein ganz kleines bisschen mehr, also, was bei denen jetzt hier 9,70 Euro ist, ist bei uns 9 Euro. Okay, ja, aber es ist trotzdem richtig, richtig teuer, wie ihr seht. Oder so zwei kleine Peaches für 7 Euro, crazy. Eine Orange, 1 Euro, krass, oder? Auf jeden Fall nicht günstig, das kann ich euch versprechen. Wow, 6 Äpfel, nur 5 Euro, das ist ja ein Schnäppchen. Das ist echt ein Schnäppchen, das kaufe ich mir, glaube ich. Aber jetzt nicht, vielleicht heute Abend. Hier, das Fleisch ist total fettig, weil die das so lieben. Die lieben einfach das Fleisch, das so aussieht, das so richtig gemasert ist. Es gibt noch viel, viel, viel gemaserteres Fleisch, als das, was ihr hier seht. Hier mehr so. So, und dann so in ganz dünnen Scheiben. Und dann finden die das lecker. Finden die das so lecker. So viel Fleisch und alles ganz dünn geschnitten. Hier, hauchdünne Fleischscheiben. Es gibt natürlich auch massiv viel Tofu. Dafür gibt es so gut wie kaum Milchprodukte. Hier, Reis in Packungen zum Aufkochen für die Mikrowelle. Ah ja. Und hier so Müslikram, so Cornflakes, kosten dann auch 4 Euro. Krass, oder? Das ist hier halt keiner. Außerdem, na ja, vielleicht essen das die Leute doch. Aber einführen müssen das wahrscheinlich alles. Deshalb ist das so teuer, wisst ihr? Ja. Hier gibt es diversen Fisch. Es gibt auch so ganz viele kleine Fischis, die man halt so in Suppen und sowas machen kann, für mehr Geschmack. So, davon gibt es Milch. Und hier, ja, gibt es noch mehr Fertiggerichte. Hier, so kleine Salate mit Fisch. Ja. Noch mehr Fischsalate. Das sieht aus wie Muscheln. Pinfefisch. Ja, ganz, ganz viele Meeresfrüchte. Oder halt auch so, ähm, grün Zeug aus dem Meer. Wie heißt das? Algen und Kram. Und natürlich auch Sushi. So für 4 Euro. Warum nicht? So eine ganze Box. Nicht schlecht, ha? Ja. Und so viel davon. Es gibt auch immer so frittierte Sachen, beziehungsweise so gebackene Sachen im Teig. Das hier sind jetzt Fische. Das sind so kleine Spieße. Sieht aus wie Fleisch. Ähm, wow. So eine ganze Krebs. Krebstiere mit irgendwas, so so Bällchen, die vor dem Gras. Das hier sieht aus wie, ähm, Pürbis. Das da oben sieht auch aus wie Schrimp oder sowas. Korndorf oder was auch immer das hier oben ist. Das habe ich noch nie probiert. Das fand ich schon, als ich das erste Mal hier war. Total komisch. War vor 5 Jahren nämlich schon mal hier. So, hier gibt es auch solche fertigen Reisgerichte. Eigentlich gar nicht so unappetitlich, ne? Geht eigentlich. Wenn man so auf Asiatisches steht. Und das hier sind so die Weizenprodukte. Krötchen mit Zucker drauf. Warum auch nicht? Oh, Toastbrot gibt es ja auch. Ganz normales Toastbrot. Nur 1,20 Euro oder so. Ich glaube, das war es erstmal von meiner kleinen Supermarkt-Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind wieder draußen. Wir haben ein bisschen mehr eingekauft, als wir eigentlich dachten. Zef hatte nämlich eh sein Handy vergessen. Deshalb sind wir dann nochmal hochgegangen und haben unseren ganzen Einkauf hochgebracht. Jetzt sind wir wieder unten. Und jetzt sind wir in, ähm, Nakamise heißt das, glaube ich, diese Straße. Und zwar in der neuen Nakamise-Straße. Ich sollte euch unbedingt hier hinschreiben, wie die Straße wirklich heißt, wenn die nicht Nakamise heißt. Ist auf jeden Fall eine berühmte Einkaufsstraße hier in Asatza. Sorry, ich musste gerade kurz überlegen, wo wir hier gerade sind. Und wir stehen gerade vor so einem richtig krassen Fenster mit ausgelegtem Essen. Also ich meine, das ist halt nicht echt, ne? Das ist alles aus Plaste oder Wachs oder irgendwie sowas. Und es gibt dazu eine ganze Industrie, die nur diesen Kram herstellt. Und das ist echt so krass und so lebensecht. Guckt mal. Hier, so sieht das hier aus. Das ist so ein richtiges Gewölbe. So ein überdachtes. Und hier gibt es ganz, ganz viele Shorts. Shorts, Shorts. Und jetzt sind wir gerade bei so einem kleinen Fischshop. Shorts. Also Fisch gibt es hier eigentlich nicht. Es gibt hier Süßigkeiten, beziehungsweise so kleine Waffelfische. Und die sind gefüllt mit so einer Ankopaste. Also mit einer roten Bohnenpaste. Sieht erst, also klingt erstmal richtig komisch. Schmeckt auch erstmal richtig komisch. Aber man gewöhnt sich dran. Und ja, es ist halt dann so eine süße Waffel. Und scheinbar sehr beliebt. Die Schlange ist lang. Also ich war gerade noch ein bisschen enger. Aber guck mal, hier sitzen die Leute. Und essen ihre kleinen Ankowaffeln. Ich habe das noch nie gegessen. Aber ich stehe auch nicht so auf Süßkram, ehrlich gesagt. Und diese Paste ist auch richtig süß. Also wenn sie was süß wollen, dann machen sie es auch richtig süß. Die Japaner. Leute, wir haben gerade einen Eulencafé gefunden. What the fuck. Und ja, die Eule da oben auf dem Desktop ist real. Es riecht auch ganz merkwürdig nur. Ein ganz bisschen. Ja, der Clip hat mich jetzt 100 Yen gekostet. Naja. Oder was? Jedenfalls war da eine echte Eule. Und Zef und ich beginne da irgendwann mal hin, weil Zef nämlich Eulen sehr mag. Sein kleines Maskottchen. Ich weiß gar nicht, warum du das noch nicht als Kanal-Maskottchen hast. Zef der Eulenmann. Der die Eulen beschwört. Die Nachts. Guckt mal Leute, hier gibt es so ein Restaurant. Da gibt es so in der Mitte des Tisches so eine heiße Platte. Und dann machen die da so Zeug drauf. Hier Okonomiyaki machen die da. Also so eine Art Teig mit Gemüse und Fleisch und Fisch und was man alles rein machen möchte. Okonomiyaki heißt im Grunde genommen alles was ihr wollt. Und ja, so ist es dann halt. Also man kann halt alles was man möchte in den Teig machen. Und dann brät man das und dann ist das lecker. So eine Art Pfannkuchen halt salzig gefüllt mit Zeug. Guckt mal Leute, hier gibt es Eis. Und zwar solches Tee-Eis. Hier guckt. Ja, so grün. Und das ist bestimmt auch wieder diese Anko-Paste, diese mit Bohnen. Man sieht es da auch so ein bisschen in so Waffeln oder so was ähnliches. Wow, sieht auf jeden Fall sehr sehr nett aus. Liefelbusset. Hier hat er rote Haare bei gescheucht. Jetzt wüsste ich nie wo er ist. Wo ist der? Hier. Er winkt. Er winkt. Oh, du musst unbedingt zu diesem Tor da drüben. Wenn wir mal durchgehen, dann kommen wir wieder da hin und dann gehen wir durch. Alles klar. Ja. Oder wir gehen hier so rum, damit wir zu dem Tor da vorne kommen. Das ist nämlich so das Haupteingangstor. Okay. Das ist ultra alt und so. Ganz traditionell. Jungen? Boah, hier sind einfach nur viele Leute. Okay, alles klar. Puh. Ja, es gibt nämlich so eine traditionelle Einkaufsstraße mit so kleinen Snacks und sowas Richtung Tempel. Ah, hier gibt es wieder solche kleinen Fishies. Das ist gefüllt auch mit anderen Sachen. Sieht irgendwie aus wie, ähm, also ganz ehrlich sieht es aus wie Kartoffelbrei. Aber es ist wahrscheinlich eher irgendwas anderes. Das sieht aus wie Apfel und Eis. Oh Gott. Und mit Kürbüsten. Aber was ist das dann? Mit Süßkartoffeln gibt es das auch. Oh, mit Maronen. Aber was ist das? Weizen. Hm. Keine Ahnung. So, bist jetzt da bei dem großen Tor. Bei dem Kaminarimon, wie es so schön heißt. Und ja, das ist, glaube ich, eines der ältesten Gebäude oder, naja, doch irgendwie ist es schon ein Gebäude von Techo. Wahrscheinlich auch von Japan. Ich meine, ist hier irgendwie alles immer tausendmal abgebrannt. Wegen der Erdbeben und so weiter. Ah, diese riesen Laterne. Da steht, glaube ich, Donner drauf. Und links und rechts sind solche kleinen Statuen, beziehungsweise große Statuen. Und einer davon ist der Gottes Donners und der andere ist davon der Gottes Windes. Ja, oder beziehungsweise Statuen davon. Und ja, wenn man da durchgeht, kommt man halt in so diese Einkaufsstraße, die so mit ganz vielen Snacks voll ist. Aber ich meine, hier vorne hat man schon lauter Snacks. Snackläden. So ein bisschen wie auf dem Rummel hier. Oh Mann. Es gibt auch ganz viele Leute, die so traditionell verkleidet sind. Und halt Fotos dann machen in dieser Form, in dieser Ära japanisch angehauchten Form. Ich habe mich auch jetzt da hübsch gemacht. Guck, ich habe sogar ein Kleid an heute. Es war ein bisschen ungebügelt. Ich habe vergessen, es in die Dusche zu hängen. Aber hey, ich habe es wenigstens versucht. Hallo, ich bin jetzt zu Hause und schneide dieses Video. Und ich wollte eigentlich nur etwas aufklären. Im nächsten Clip wird er ein Hagenkreuz an diesem Tempel sehen. Und es hat nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun. Dieser Tempel ist 1000 Jahre alt oder so. Und Shinto ist eine sehr, sehr alte Religion aus Japan. Deren Ur-Religion sozusagen, das existiert bestimmt schon über 2000 Jahre. Und Buddhismus kam dann so im fünften, sechsten Jahrhundert dazu. Seitdem haben die diese zwei Religionen nebeneinander laufen. Einige Feste werden halt mit dem Shinto gefeiert und einige mit dem Buddhismus. Kleiner Exkurs. Es gibt auch ein paar Christen in Japan, aber die sind eine sehr kleine Minderheit. Gut, soviel dazu. Nur, dass ihr halt nicht geschockt seid. Das hat nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, dieser Schrein. Das ist einfach ein traditionelles Symbol. Wow, guckt mal wie groß, ey. Guckt mal wie groß. Man kommt gar nicht an. So groß ist das. Wow, da unten ist was dran. What? Woah. Ich bin hier voll die Katze eigentlich auf Straße. Es wird hier so viel fotografiert. Aber ich meine, ich bin auch nicht besser. Ich will immer. Hier ist noch ein Tor. Mit so Gebäuden. Und da ist eine fette Pakode. Ist auch so groß, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Da vorne räuchert es kräftig raus. So, wir sind jetzt im Inneren des Tempels, also durch diese ganzen Tore durchgekommen. Und wir stehen hier gerade an der Fortune Wall, sag ich mal. Also wo man sich sein Schicksal lesen lassen kann. Und zwar geht man dazu einfach hier ungefähr einen Euro in diesen Schlitz. Und dann kann man sich hier das so rausholen. Beziehungsweise rattelt man dann hier an diesem Teil. Und dann zieht man da so ein Fortune raus. So ein bisschen wie so ein Glückskeks, sag ich mal. Und wenn die gut sind, dann kann man die aufheben. Oder man bindet sie halt an so ein Gerüst hier. Und wenn die schlecht sind, kann man die auch ans Gerüst machen. Und dann werden die nicht wahr. Aber im Grunde genommen möchte man ja nur, dass die guten wahr werden. Und hier steht auch, wenn man ein schlechtes Fortune hat, dann soll man das nicht einfach so abtun und nicht auch ganz sein. Sondern man soll das alles ernst nehmen und so weiter. Ja Leute, es ist auf jeden Fall. Es gibt noch friedliche Ecken auf diesem Planeten, wollte ich gerade sagen. Nein, in diesem Tempel. Guckt mal hier. Dieser Baum hier. Diese Hängeweide. Und da drunter die Leute. Ist das nicht schön? Ist das nicht alles herrlich? Und da die Pagode. Und dieses Abendlicht. Und da hinten der Weihrauch. Oder was auch immer für ein Rauch. Die Leute beräuchern sich, um sich zu heilen. Und man möchte dann, dass die Sachen danach riechen. Dass man selbst danach riecht. Ja. 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 Okay, wir gehen jetzt ins Innere. Oh, das ist natürlich so. Das stimmt, wir hier gar nicht filmen. Oh mein Gott, gerade hier reingekommen. Gerade hier die erste Brücke erklommen. Guckt mal, wie japanisch es aussieht. Also ich meine, geht es irgendwie japanischer. Und dieses Licht, herrlich. Und dann das hier. Oh mein Gott, sind die riesig. Und zu viele. Und zu schön. Hallo. Hallo alle. Na, wie geht es euch? Leute, wir sind hier gerade in der Straße abgebogen. Und ich glaube, wir haben hier die ultimative Fressmeile gefunden. Hier ist ein kleines Restaurant am nächsten. Also, leicht überdacht. Oder halt so offen. Wow, ey. Sowas habe ich echt noch nie gesehen. So crazy. Die ganze Straße lang. Ja. Und alles total voll. Jetzt weiß ich auch, warum es bei uns vorm Hotel immer so nach Fisch und nach gebraten ist. Back to editing in bed. Ja. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Und ich liege im Bett und schneide ein bisschen an meinem nächsten Video. Jo. Ja, das haben wir heute Morgen schon gemacht. Jo. So sieht es aus. Und dann werden wir wahrscheinlich irgendwann was essen. Es ist jetzt 18 Uhr. Und die anderen sind raus was essen gegangen. Aber es ist sonst gerade nichts. Deshalb geht es immer noch nicht so gut. Oder wieder nicht so gut. Ja, hoffentlich wird es bald wieder. Jedenfalls, ja, chillen im Bett ist auch nicht schlecht, ha? Ja. Ja. Oh, ein Filmer. Ja. Ich liebe es. Loving es. Ich liebe es. Ich liebe es.